Was ist Justiz? Hier in Stuttgart sieht man generell auch ein bisschen soziale Ungerechtigkeit. Keine feste Wohnsitz, keine Arbeit, keine Arbeit, keine feste Wohnsitz, das ist die Schwierigkeit. Was ist sozial gerecht? Ich tue mir jetzt gerade schwer, Ihnen eine Antwort darauf zu geben. Gucken Sie doch auf die Straßen, wie viele Leute die Pfandflaschen sammeln müssen, weil sie viele Sachen nicht mehr leisten können oder obdachlos sind und im Winter auch frieren. Leute, die eine Wohnung suchen, müssen immer weiter außerhalb ziehen, weil sie es in der Innenstadt nicht mehr leisten können. Das hört man schon auch im Bekanntenkreis so. Ja, also ich wohne in Mönchfeld und da gibt es halt für Kinder nicht viel zu tun, weil es gibt halt da nicht viel. Es gibt halt nur einen Dönerladen und halt Bars, aber da kannst du halt nicht rein. Also ich finde ungerecht, dass hier in Stuttgart die Klamotten sehr teuer sind. Ich finde, dass wir ziemlich unter der Lärmbelastung von den Autos einfach leiden, auch gerade in unserer Wohnung, die eigentlich an sich schön ist. Aber die Lärmbelastung ist krass, eben auch. Also ich finde, man riecht einfach auch die Belastung durch die Autos. Das ist auch eine Form von Ungerechtigkeit. Ladies and Gentlemen, wir sind keine Fußballer, nicht gesponsert von der FIFA. Nein! Wir sind Künstler, aber auch nicht gesponsert vom Kunstmuseum. Nein! Auch nicht vom Königsbaum. Nein! SPD! Nein! AfD! Nein! Oder von der Polizei! Im Gegenteil! Ladies and Gentlemen, uns geht's gut! Wir werden gesponsert! Von euch! Das bedeutet nicht! Für uns Hip-Hop-Künstler, wir arbeiten eigentlich viel mit Jugendlichen zusammen und sind immer froh, wenn Nachwuchs quasi kommt, weil wir uns um die nächste Generation auch kümmern möchten. Aber es gibt keine Anlaufstellen in Stuttgart. Wir machen viel, also auch im künstlerischen Bereich, im Integrationsbereich, in der urbanen Kultur. Nicht nur sind wir stark vertreten hier, aber wir werden von der Stadt Stuttgart auch etwas unterstützt. Aber sagen wir mal, ich unterrichte vier Stunden am Tag ehrenamtlich. Dann habe ich am Ende vom Tag kein Geld, weil diese ehrenamtliche Arbeit meinen Kopf nicht über Wasser halten kann. Hat es dir gefallen? Ja! Deine Unterstützung! Ich zwar! Ich finde es halt echt ungerecht, dass wenn ich zum Beispiel damals in der Schule mussten wir so Praktikas machen. Und da war es halt für mich am schwersten, einen Praktikumsplatz zu finden. Das lag jetzt nicht daran, dass ich jetzt, sag ich mal, ein schlechteres Zeugnis hatte als die anderen. Und das war sogar ganz im Gegenteil, oder dass ich irgendwie nicht die Qualitäten hatte, sondern einfach, ich kam rein, die Leute haben gesehen, sie hat ein Kopftuch. Und dann hieß es, okay, tut mir leid, du kriegst hier keine Stelle. Es ist ungerecht, wenn man Behinderten auslädt und nicht anerkennt, wie man ist. Ich finde, wir haben schon ein großes Gefälle in Stuttgart. Also ich beziehe jetzt einfach mal die Gerechtigkeit auf, wer, das was Sie sagen, wer hat was zum Leben, am Monatsende noch und wer nicht. Und da gibt es bestimmt viele Leute, die schon von vornherein wenig zu wenig haben und andere, die leben aus dem Vollen. Wenn ich für mich jemanden ungerecht behandelt sehe, dass er für mich ungerecht behandelt ist oder sowas, und ich kann was dagegen machen oder ich kann ein Wort dafür einlegen, dann tue ich das auf jeden Fall. Es könnte eigentlich überall besser gehen, aber ich finde, es ist wichtig auch, dass man die Veränderung anfängt. Nichts. Und ich finde, es würde listen, dann lass uns diemidückstern, miner oder kolle �akiname entspannten. Und ich bekomme die Veränderung auf einen oderych pain diversen Sinne. Und es kann man nur auf jeden Fall sein, dass man auch über eine Grinke dafür aus cholesterol ist Untertitelung des ZDF, 2020